Die Keyword für mich ist Passion. Und ich kenne auch echt diese Absturze. An diesem wundervollen Ort hat meine Mutter sich das Leben genommen. Und dann kam das Stand-up-Paddling in mein Leben. Das Tolle ist, es kann jeder machen. Es hilft auch Menschen, die gesundheitlich angeschlagen sind, ob körperlich oder psychisch. Wir haben alle diese natürliche Verbindung mit dem Wasser. Wenn du über diese inbuilt menschlichen Barrieren kommst, und du hast diese Verbindung mit dem Meer, es ist etwas, das mit dir immer bleibt. Ende letzten Jahres war ich plötzlich qualifiziert für den World Cup. Ich will diesen Traum, den ich hatte, den werde ich nachholen, klar. No matter, you know, what hits you, if you have a passion for something, there is a way to do it. If there's a will, there's a way. And yeah, I don't take no for an answer. Das Meer verbindet uns alle. Und wenn wir das kaputt machen, dann machen wir uns selber auch damit kaputt. Das Meer kann uns so viel zeigen und Menschen, die ans Meer kommen, kommen auch wieder in ihre Kraft. Aufgeben war keine Option. Das Meer ist beschämungen. Das Meer ist aufgrund der abenteuer. Das Meer ist ein ja auch derzeit erwähnt. also ist ein ja auch derzeit, weil wir die Einladung machen wollen. Das Meer ist wahrscheinlich das nicht schämt.